Herzlich Willkommen hier in meinem Reich. Wir Sorben sind eine kleine slawische Minderheit. Das Besondere ist, dass wir hier all unsere Gerichte frisch vorbereiten. Und sie werden dann auch hier an der Theke zur Schau gestellt. Selechen was mit Damen im Ruvineck. Ihr wollt was typisch Tschechers sehen? Ihr habt es. Wir stehen für die spanisch-katalanische Küche und machen ein Fine Dining Konzept. Bienvenidos. Mein Name ist Matthias. Ich bin der Küchenchef von 136 in Berlin. Hier arbeiten wir gerne das Produkt von Peru und Israel. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie kommt ein deutscher Koch zur japanischen Küche? Ich bin dann vor 13 Jahren tatsächlich auf zwei Sushi-Meister gestoßen. Das Slawy ist vor sechs Jahren entstanden, basierend auf der Idee, ein kleines Stückchen Frankreich in Leipzig anzubieten. Das Slawy ist vor kurzem WahGo. Untertitelung des ZDF, 2020